Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sniperfury. Wir starten mal... Events. Runterladen. Uh! Okay. Sniper... Sniper... Stories Upgrade herstellen. So was was. Wir machen Verträge und machen den Start. So ist sie nicht gestorben. Jetzt. Oh! Oh! Kopfschuss! Jetzt mach ich grad noch mal ein. Achtung. Oh! Wichser! Und... 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 das macht er dahinten ja so tot hilf ja so kalt vermutet ups überall kopfschuss müssen wir jetzt machen komm 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 paf du erne paf das war jetzt nicht schief voll auf die nase bisschen krank sorry dafür dass ich schiff das hinten und das ist baff schön noch mal einmal und nochmal dreimal und das ist chef und und du bist halt tot so du wirst jetzt auch sterben und 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 gut schön schön machen wir mal aha ich sehe grad 2 hier okay schon schwieriger muss man zugeben man das habe ich gewusst musste ja sein okay machen wir noch ein eine runde machen wir noch ok und dann lassen wir es mal hoffe es hat euch gefallen wenn ja dann lassen leiter schreibt doch nicht das kommentar bis bald tschüss